Hallo und herzlich willkommen zu einem Video in unserem Minecraft-Leben mit dem Fabi Hallöchen Ja So Ich habe mal unsere kleine Schafe Gut dann Versorg ich mal kurz die Schweine Typ ist falsch weg oder Der kommt dann direkt wieder Ja gut wir haben über einen Stack Wolle Oder es hat wirklich auf dem TS von dem Server hier Dem ich gerade eine Ansage gemacht habe Ja So komm hier Ich schau mal ob ich irgendwann ein bisschen closed down finde Findest du fast nicht Also ich habe wirklich nur diese eine Ecke gefunden Und ich bin naja gut nicht weit rum gelaufen aber Recht weit So da draus weiß ich nicht was man machen kann Damit können wir erstmal den Boden pflegen Nur bei dem Boden So und So Äh Was brauchen wir denn noch Achso ja genau der Plan war jetzt dass wir hier hinten Eine Mühle bauen Jetzt halt nur noch die Frage bauen wir die in Richtung Strand eher in die Richtung Oder bauen wir die in Richtung äh hinter die Hinter das Farmbällchen Ding da Wobei hinter die Farm das ist kacke weil dann könnte man dann auch eine Farm hinbauen wenn wir das jetzt so lassen Mh Ah ich hab close down Genau das ist wahrscheinlich jetzt genau da wo du noch nicht abbauen kannst Ne kann ich abbauen Okay Scheiße mein Spitzel ist was du weg Oh sieh auf wenn du mich hassen wirst geh doch lieber Ach ne da kannst du ja gar nicht hingehen da kann ja nur ich hingehen Ach egal komm Wollt jetzt grad die Fortun Picke holen Nein Hab ich ja auch nicht gemacht Du musst essen die Unentschieden klauen Ähm Ich hab mir vorgeschlagen damit du ein bisschen mehr kriegst Damit du nicht alle 5 Minuten rennen musst So äh Boah ich brauch was zu essen 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 Da ist die Essensgister Äh so So Natürlich Naja Der Typ hat gerade der ist vom Berg gesprungen Hat sein Jetpack aus gehabt Wer? Und hat das aber erst unten gemerkt Keine ahnung irgendein Typ aus dem Jet gerade Achso Er hat aber erst unten gemerkt dass das er es aus hatte Achso das war irgendwo wieder bei uns Ne so gut nicht ah ich hab keinen bock mehr auf den teamspeak zu gehen die sind so unfreundlich dann sind das so zwölfjährige alter richtig unfreundliche zwölfjährige kein respekt alter so wie du so soll ich dann dings auch mitnehmen netter war er nicht mit der warzen der quartz haben wir 30 kannst du von mir aus noch ein bisschen mitbringen können gleich geht zu dem mühlstein okay um muss aber erst ein bisschen mehr geringer ist und zwar schon nicht mehr stort übernsteck weiße Wolle auch du scheiße um was wollte ich grad holen das war scheiße natürlich nieder das ist so klar dass ich sterbe ja heißt das jetzt nichts dabei ne ich weiß auch die stelle aussieht macht ihr erstmal den wassergraben weg hier oben obwohl hier halt noch fällt ist ja weiß nicht wir brauchen ok da ist auch irgendwo wieder recht und schenke die große fahren beton große russ ist nicht wie das aussorgen schätze ich mal ja muss halt nur du wartest halt nur bei der großen immer ewig bis da was passiert ich würde dir auch nicht vorher anmachen bis alles reif ist ja ja weshalb ja da gesetz ich da jetzt rein wobei dann haben wir eine fläche hey dann haben wir eine viel zu kleine fläche ja genau ich springe runter krieg feilschaden obwohl ich wieder oben lande 1 2 3 4 perfekt so dann kommt abwechselnd hier so was ja ok komm dann machen wir hier so 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 die ganzen da dann so rumherum kurbelstuhln so hat sich auch schon 13 dinge was hat denn ne der kurzen ohja ja 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 so wenn hier wieder kein russer kommt ja da war ja eben der wurde uns eben angezeigt aber war nicht da aber ich hab ihn auch gehört also ich nicht das ist ein bisschen geknallt mhm mhm hat keiner gesehen bin doch gar nicht tot bin doch ein netter oder wieder ähm nein noch ne ja oh ne wieder die Stelle mit einem Block Lava da wo wir schon mal waren also mit einem Block freier Fläche super viel Spaß danke natürlich ich sag gerade ich versuch da nicht dran zu springen was passiert ich bin da rein ja das ist sowas bei sowas äh ungefährlichem wie den Müllenbau hilfst du halt einfach zehnmal ins Nether und stirbt die ganze Zeit die Stimme nicht naa nein du doch nicht boah jetzt so viel Dings aber ich hab jetzt kein Bock ich baue mich jetzt deswegen Klaus und auch du scheiße so hoch alter zum Glück kann ich hier noch nicht bauen super hehehe ja ist klar dass dann da noch Klaus Donnes glaube ich dann wie so kann ein anderer Spieler hier bauen das sind ich weiß nicht ob das so geregelt ist dass normale Spieler sich ein bisschen mehr anstrengen müssen und das dann halt zum Beispiel wenn du jetzt irgendeinen besseren Rang hast dass es dann leichter wird wie leichter ich weiß nicht wie das geregelt wird ja du hast zum Beispiel wenn du jetzt äh slash Belohnung wenn du jetzt zum Beispiel den Elite Rang hast kriegst du jeden Tag 50 K kriegst das alle drei Stunden 2 MC K und 500 Liter Jetpack Treibstoff hm oh scheiße jetzt ist irgendwo Ghost ich will auch kein Ghostbusters jetzt spielen AAH Ghostbusters AAH Ghostbusters 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 von er ist lotter spät ein paar zäune und ein bisschen stadt das werden wir uns ein haus bauen nein mühle ja du kannst ein haus bauen ja genau ich kann noch zwei blöcke abbauen ob sie ja gerade mit dem übel nein ja fändest du das jetzt besser wenn ich das jetzt ganz oben an die decke mache das zweite weiße rad so zu sagen oder wenn ich das dreck da drauf machen 2 1 nach oben also so muss gleich nur noch oben haltet es wird so scheiß anstrengend ich habe auch nicht im vordergrund laufen ich habe gar nicht meine aufnahmen haben wir gerade aufgenommen oder nicht ja super hat meine aufnahmen nicht gestartet da ist ja ich würde mal sagen du 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 bändest ja das was wir sehen wenn du sie gefallen lassen wir sehen uns beim nächsten Tag noch tschau tschüss 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 Vielen Dank.